Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Essence Creed mit mir The Gentleman. Wir haben gerade ein Gegenquartier soweit erst mal erobert und dann gleich mal schauen, dass wir hier noch mal ein kleines Stück weit kommen. Schnappen wir uns gleich das nächste Gegenquartier. Das sind 600 Meter, das wird eigentlich ganz zügig gehen. 500 Meter, ne. Gefühlt ist es auch jedes Mal weiter weg. 5. 5. Shhh. 3. 5. Geh! Und die Zahl der Wurfmesse ist natürlich auch sehr, sehr überschaubar. Okay. 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 Das ist ein nettes Erkauf. Das ist die Jungs immer so früh. Und damit hätten wir auch diesen Teil geschafft.